Willkommen zum Elbenpart. Diesmal der Endkampf der ersten Gutstädte. Wir haben ein bisschen Dauer, deswegen ist das jetzt nichts weiter außer der Kampf. Ach, das sind noch ein paar Gegner. Ja, aber stattdessen schau ich nicht so. Gut, wenn ich jetzt nur zwei Däschler sind. Ich habe keine Muniz. Geht doch. Ah, den Prüfrücken. Das kann ja was werden. Okay, da muss ich hoch. Moment, das da ist lila. Das sollte ich schon mal angucken. Schockspule. 45% Na. Bin ich natürlich jetzt auch irgendwas hätte für Flock. Ja, gut, wenn ich die Schleuder da, aber... Stand doch grad da. Jetzt. Oh, hast du noch mehr kick, ne? Ich hab doch zu weit bei denen da. Ja. Kann man mal weiter. Geht doch. Da kann erstmal die Kleinen loswerden. Nach Möglichkeit. Ist das Auge einfach nicht da. Geht doch tatsächlich einfach weg. Geht doch tatsächlich einfach weg. Geht doch einfach weg. Ah, fuck. Oh, ich bin schon los. Ich bin noch ein Durst. Ich hätte hier auch nehmen sollen. Verdammt. Ich bin nur noch der Größer. Ah. Na. Nein. Was mache ich hier? Das kann man eigentlich auch nicht losjagen. Genau wie das unten. Ich bin noch nicht los. Ich bin noch nicht los. Ah, wir machen es einfach nur Meilenpailen. Ich glaube, das macht auch mehr Schaden. Das geht noch mal, wenn ich da unten bin. Ich glaube, der immer damit trifft, ist er echt beschissen. Das geht auch mit dem Magenkneiden kaputt. Offenbar. Okay. Jetzt geht's schon, die kriegt er, wo ich das will. Dann kann es einfach kaputt gehen. Ungefähr so. So welcher Teil kann ich jetzt nicht mehr? Ich glaube die Feuerbrille kann nicht mehr. Der pumpt doch Stohlen. Oh fuck, 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 fuck. Nein zu früh. Ah nein ey. Komm einfach. Ich hab Peile Spam. Das war knapp. Wie hält der da noch aus im Unrux? Ich hab' den nicht auf, aber ich hab' den nicht gerechnet. Kannst du nicht einfach sterben? Nein. Ach fuck ey. Oh, wie hält der da aus? Nur ohne Scheiß. Sein Dreck. Ja, muss ich noch mal alles machen, oder? So. So werden also Maschinen gemacht. Und sie werden es nicht. Nein, das war doch fischreich und blöde Geschirr. So. So. Weg. Ich hab' die Fuhrlinge drin, oder? Ich hab' die Fuhrlinge drin, oder? Ich hab' die Fuhrlinge drin, oder? Hmm. So. Oh ne bessere. Ich glaube da kommen wir draus. Mal platzieren. Das ist jetzt nur noch bei Augen. Okay also Pfeilbillen kannst du bei denen sowieso machen. Na gut ich soll das für die kleinen weg machen. Na der wird zu früh gedrückt. Oh jetzt geliebt. Oh jetzt geliebt. Was ist denn da? Ich glaube, das ist ein Baffelin. Nein. Die Seife-Depen ist gut. Der schloss den ganzen Kleinen nach vorher hier als Gegner, wir sind total nicht abgeschüttet. Der schloss den ganzen Kleinen nach vorher als Gegner. Der schloss den ganzen Kleinen nach. Der schloss den ganzen Kleinen nach. die ganzen rohre ja das ist auch einfach nur ich bin zu früh oder es geht auch jetzt noch ein bisschen Ah, das ist doch Bullshit. Es nervt doch einfach nur. Sie werden aus Licht gesponnen. Hm, das Tötweg. Wenn die ganzen Kleinen noch vorher ist, ist das einfach nur Scheiße. Schockt das hier eigentlich alle beide? Wenn die jetzt da reinlaufen. Oh ne, ist es einfach völlig egal. Ich denk glaube ich zu tief. Ah, ich pull doch nicht da rein. Hm, schock den Dobo. Okay, jetzt kann ich Scheiße sammeln. Ah, gebrückt halt. Langsam nicht mehr. Naja. Ich schaff einfach keine Ausrüstung für den Kursen so richtig. So weit komm ich nicht. Kann ich irgendwas anderes haben. Können denen wirklich einen Schocktall reinrennen? Das ist ja groß jetzt natürlich alle hier. Den Schäfer. Ich hab dich. Ach, da hinten. Du schuld da hinkommen irgendwie. Du schuld da. 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 Ah, er hat zu viel gedrückt. Ich brauch die große Rolle. Da kann ich das noch ausgleichen. Du schuld da. Ach, die. An irgendein Scheiß auf dem Hang Slaves. Ist nicht der Zotter dürfen. Okay. Ist nur noch den da. Warum roll ich nicht? Ich bin da. Ich bin da. Hallo. Nein, Schaden. Das ist Schaden. Ich hoffe, wenn es echt nicht viel macht. Ich schopke. Das ist es, wir müssen zu machen. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin ein. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin das. Jeder kennt den Pfeiler. Ich hab's einfach gar nicht getroffen. Ich hab's einfach gar nicht getroffen. Oh, in der Falle. Hehehe. Ach komm schon, das trifft. Ich hab's einfach gar nicht getroffen. Ich hab's einfach gar nicht getroffen. Ich hab's einfach gar nicht getroffen. Jetzt kann ich nur noch einen AKF angucken. Stimmt, auf die Augen kann man auch kiezen Ja, ich überzweifle, der Kampf von mir Oh, jetzt gibt die Kredi schon 140 Schaden, da lebt er mal noch Da wurde er schon so punkt Dauert echt lange mit denen, nach dir Oh, endlich Ich glaub's nicht Hast du dich abriss? Hab ich gar nicht gesehen Warum nur abriss ohne Schaden Ah, das hat gedauert Okay, gut Ich hab mich endlich besiegt Ah, das war anstrengend Ach, ich muss hochklären Ich brauch unbedingt die schweren Pfeile Das war komisch aus Okay, gut Ah, ich kann den Splinter rübernehmen Segelzehnen scheinbar auch Das muss man schon mal machen Aber das reicht auf jeden Fall für heute Das ist Ihnen gesagt, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal